Aber erstmal verlassen, wenn das Game, was du gerade zockst, saftig ist, aber... Sehr saftig. Ja. Aber die Waffen, die sehen schon saftig aus. So, das Wort des Tages. Die Glocke ist auch raus, saftig. So, alles klar, wo der Stream läuft, liebe Freunde, und damit ein Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Rettet-die-Welt-Livestream hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden heute, liebe Freunde, einen Tag der 135er-Volten machen. Die sind von dem lieben Hunter-Kai, aka 187 Beste, gesponsert. Ja? Kai. Und ich grüße im Chat erstmal ganz, ganz lieb den lieben T-Y-R-S-Yen, Marv, Visa, X-Boy und Leo, den lieben Lukas, Light Angel, Yassa ist Delfin, dann haben wir Ömer, aka Sasuke am Start, den lieben, wie gesagt, 187, Benne Zockt haben wir da, Extreme Schalei, genau, Olga Scheibner, Anna Geschwandner, genau, den lieben Luca, dann haben wir Dennis am Start und auch alle anderen, die jetzt hier schon mit da sind, ein paar Moin im Livestream. Hab ich gesagt, wir haben heute ein paar Revolten am Start. Der Philipp ist auch mit dabei und der Meini ist in der Party mit drin. Die Unprofessionalität ist wieder rausgekommen bei mir, aber alles gut. Nee, vom Kai gesponsert, wie gesagt, und genau, der wird uns heute auch ein bisschen mitbegleiten. Ich weiß nicht, Marv, weil du vorhin beim Meini in den Chat geschrieben hattest, wegen Helfen, wenn du dann reinkommst, können wir auch gerne abwechseln, je nachdem, ha, sollten wir schon irgendwie hinbekommen. So, Splittreeper und David, willkommen. Justin, Schule, wie geht's dir? Eigentlich soweit so gut und dir? Hau mal rein bitte in den Chat. Moneyking und Peterfussel, grüßt euch. Endlich nicht mehr mit Meinkiller. Ja, grüßt dich, Luke, willkommen. Moin Meister, erstmal gefolgt. Luga, ein Dankeschön geht raus. Grüßt euch erstmal auch im Stream, ha. So, der liebe Guncray, auch wieder mit am Schlüssel. Grüßt euch. Hast du modded Waffen da? Ha, haben wir auch da. Ich hab hier unten in dem kleinen Böckslein hier unten. Böckslein? Nee, so kann man das nicht sagen. Ist auch egal, auf jeden Fall ist ein paar mit drin. Ich hab Schneeballwerfer da, ich hab auch Doppel-Element-Revolten am Start und so Sachen halt haben. Alles darum. Und Olga Koch, nicht denken, ich ignoriere dich. Oh, moin und dich, was geht? Guti, genau. Und Leute, ihr wisst auch Bescheid, wie es sonst abgeht. Wer was anderes möchte, kann sich auch gerne was anderes craften lassen. Abo-Craften, na? Und wir haben auch einige Sachen da. Wir haben Fallen da, wir haben einige Sonnen, einige Fridays da. Wir haben auch noch ein bisschen was. Den Rest der Inventar eigentlich bei mir war. Aber ich muss erst mal ein bisschen Platz für die Revolten machen. Und der ganze Spaß. Nein, guti. Wir gehen mal in den Spielchat, würde ich sagen. Alles klar? Wunderbar. Dankeschön, du kam, wie gesagt. Da hat für dein Abo, das freut mich. Kann ich mir, wenn nicht mehr... Äh, ja, das kannst du machen, Corinna. Ja, klaro, auf jeden Fall. So, passt mal auf, Leute. Wir machen auch gleich mal ganz kurz ein bisschen Werbung für das neue Video, was ich gestern noch relativ spät hochgeladen habe. Oder gestern war es nicht mehr, das war heute früh um 0 Uhr 22. Wird irgendwie so. Grüß dich, Kevin, was geht? Genau, das ist der Link zum Video, wo ich über die Zukunft von Rennet die Welt gesprochen habe. Auch zusammen mit Lukas und, äh, Lukas. Ich weiß gar nicht, ob du gerade im Stream noch da bist. Wenn ja, bitte mal melden, ha. Bitte Gamechat, Bruder, bitte Ge-Gamechat. Nee, äh, warte mal, ich bin... Ich mach mal das... Was denn ich? Ja, ich gehe Gamechat, alles gut. Deine Leute finden sich abgefuckt, hä? Bis dann. Ja, die finden sich... Die denken, was ist denn das für ein Kunde? Der redet aber viel. Oh, nee. Schnee raus mit dem. Hä? Was für ein Kunde? Nee, ich. Ich mein, die Zuschauer von Meini, weil die sich dann vielleicht, äh, genervt fühlen, wenn ich die ganze Zeit über was anderes rede. Weil die halt gerade, ähm, Landwirtschafts-Zimulatus spiel. Bist du gerade YouTube? Wir sind gerade live, ja. Auch. Auch Scheiße. Nee, das ist eigentlich gut, wenn ich... Also für mich selber, ich bin die Klecks... Na? Muss ja auch an der Einnahmen denken, ja. Ich hab nur richtig wenig. Schade. Ich hab auch noch 20 Abonnenten. Ja, ist doch schön. Aller Anfang. Nicht wahr? Ich hab vor ein paar Monaten ein Video... Ja, ist doch schön. Warte, ich mach mal ganz kurz noch das Fandier rein. Geht sofort weiter. Ja, und Pikachu, du bekommst heute, genau wie alle anderen, ein paar Revolten. Bitteschön. Ja, schön, schön gepirkt. Vom Hunter Kai sind die. Und auch 135. Das ist auch ein schönes Level, finde ich. So, wo haben wir es denn hier? Auch ein Dankeschön an Adrien natürlich für das wunderschöne neue Fandier. Ich sag, äh, schön, nicht weil ich mich selber loben will. Ich will Adrien damit loben, deswegen. Nicht, dass du denkst, ich bin ja selbstverliebt. Auch, aber egal, jetzt ist ein anderes Thema. So, Dula, willkommen im Stream. Grüß dich. Äh, wieso würdest du eventuell, äh, generell, das ist, äh, soll ich jetzt nicht falsch rüberkommen, aber den Link zuerst schreiben und dann entklammern, das mit den Wünsche und Träume der Community und sowas, weißt du? Das wäre eine gute Sache. Alles klar, erst ein Ding, dass wir das für die Flick sein. Wieso, du kennst mich doch, du weißt doch, wie ich bin, ha? Alles klaro. Äh, Pikachu, was brauchst denn du noch? Scheiße, was wollen? Alles gut, alles gut. Äh, kann ich Epis haben? Na klaro, kein Problem. Ja, dich, weil ich wüsste. Alles gut. Alles gut, die Brau, nicht schlimm. Ach ja, okay, gut, dann danke ich dir erstmal, dass du da warst, da, und ich wünsche dir was mehr, guter, machen sie es erstmal, guti. Äh, Planken, habe ich Partei, ja. Habe ich, wartet mal kurz, äh, nicht hier, also in Fall natürlich auch immer. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwo welche habe. Oh, ich glaube hier oben sind noch, warte mal hier, könnte es sein. Ja, hier ist noch welche drin. Sehr doch, sah. Das ist ein 999er. So, genau, FA ist nämlich nebenbei mit an. Müsst noch ein bisschen gucken, weil ich da wieder vollgelaufen bin. Ihr kennt ja meine Liste hier. Äh, ich habe dich wieder in der FA, das ist schön. Das ist schön, ne? Ja, jetzt geht's doch mal mit Porn. Oha, na schön. Äh, kennst du mich noch, Mann, äh, Mann, ja, Money King, ne? Ich dich noch kenne, ne? Ja, eigentlich. Ja, Money, habe ich, äh, also Money King hatte schon mal jemand hier gehabt, aber die Frage ist halt, ob du das jetzt im Endeffekt warst. Den meisten merke ich mir, aber manchmal kann es auch passieren, dass ich mal aus Versehen ein bisschen was vergesse. Also wie gesagt, ist ein, ähm, ne? Versuche ich immer möglichst zu vermeiden, das ist klar. Und, äh, Dollar, habe von einem Freund 436ere wollen bekommen. Kann dir eine geben. Äh, ja, genau, 136er. Dann gib mal her eine. Ich geb dir dafür 3 Quadrierten Sonnen. Okay, mach mal so, kein Problem. Alles klar. So, Pikachu. Was möchtest du denn noch haben? Äh, wie hast du bekommen, plus auch die Waffen? Du kannst von mir aus gerne noch ein paar Sonnen mitkriegen, wenn du willst. Gebe ich nochmal 500 hier. Äh. Kannst durchnehmen. Geht aufs Haus heute. Alles klar. Äh, ganz cool, was denn los, mein Bruder? Und Wieser? Wunderbar. Ganz feine Sache. Ganz feine Sache. Auch danke, Leute, für 12 Däumchen auf dem Stream direkt. Äh. So, ich mach nochmal ganz kurz. Die Biggies, also Oxy. Ah, okay, gut. Und dann nehme ich die Sonne wieder auf, ist gut. Aha. Habe ich 400 Stück, da kannst du kriegen, haben. Alles klar. Gut, mein Freund, danke, still ganz herzlich fürs Dasein. Und man hört sich. Hau den so rein. So, Leo, was brauchst du? Und alles, alles Gute nochmal ganz herzlich, ja? Osterwerfer. Leo, hau mal raus, was brauchst du? Gib dir ein bisschen mehr wegen Geburtstag. Danke. Komm, ich geb dir einfach ein bisschen was, Brandon. So, Pikachu, erstmal lief mir jetzt, das muss ich kicken. Mach ich ungen, aber. Oh, guck mal, guck mal da oben, das ist Osterwerfer. Osterwerfer. Sind die von dir? Dankeschön. Der Osterwerfer versteckt, ja? Geil, diggi. Alles darüber, wie Katsch, ich dank dir, hau. So, pass auf, und Leo. Äh, Christoph Janstak, so. Und Batterien kannst du noch kriegen. Brauchst du ein paar Fallis? Ich möchte vor Halbplätzen für MSK. Für die Schrauben brauchst du ja. Oder in ihrer Wolken. So, bitteschön, bitte Geburtstagsbundi noch oben drauf. In der Westen, Bescheid. Bis nachher vielleicht? Äh, ja, na, Leo, eigentlich wollte ich das machen, unser geplantes Event. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen, Leo. Wenn's nichts wird, sei mal da bitte echt nicht böse. Ich versuche es aber mit aller Kraft einzurechnen, okay? Ja. Alles klar. Leo, mach's gut, ja, ich danke dir. Ich gehe auch wieder auf. Leo, halt. Alles, Leo, halt. Alles, Leo, halt. Grüß dich auch ganz lieb, ja? Flo, kannst du das aufnehmen? Gibt es Leo, bitte nachher von mir? Ja, ist okay, ist okay. Alles gut, die machen wir dann, ha? Einfach gerade 31 Zuschauer da, Leute, was geht ab? Fettes Dankeschön fürs Reinschalten, ha? Nochmal für die neuen Zuschauer als kleine Erklärung. Wir haben ja heute im Titel stehen, äh, Tag der 135er Revolten des Gründers. Und das bedeutet, dass heute jeder, der reinkommt, sich ungefähr so fünf Revolten abholen kann, kostenlos, ne? Genau, wer was anderes braucht, kann ebenfalls gerne sagen. Wir haben auch viele Sonne- und Brightcore-Session, die ist noch hier drüben in der kleinen Box. Und auch fein haben wir da unsere Sachen halt, ne? Wir können Sachen craften. Skizzen haben wir auch wieder mit da. Fein Skizzen ebenfalls. Plus auch ein bisschen was Nahkampf. Ich denke, da sollte schon für jeden was dabei sein. So, Extraband Mod. Grüß dich, grüß dich, mein Freund. So, und, äh, David, machen wir mit dir weiter. Was möchtest du? Haben sie da einen Plan? Ich gebe erstmal die Revolten. So, genau. Und, äh, Kai, falls wir da noch ein bisschen was an, äh, Schnittsachen kriegen, würdest du da noch ein paar craften? Ja. Das ist eine feine Sache. Jo, alles klar. Äh, kann jemand raus? Ja, es kann gleich jemand raus. Wir müssen uns ein bisschen schneller machen, ha? Ich denke, das wäre eine gute Sache. Genau. Hey, nochmal für die neuen Zuschauer oder generell für die, die es noch nicht wissen. Äh, wir haben ja gestern ein kleines Video hochgeladen. Oder ein kleines, ist eigentlich verkehrt ausgedrückt. Eher ein etwas längeres. Äh, wo wir über das Thema, äh, die Zukunft von Fortnite und die Welt geredet haben. Und dazu werde ich euch mal den Link reinposten. Wer es noch nicht angeschaut hat, kann das gerne tun. Ich möchte mich aber wirklich schon mal im Vorhinein wirklich herzlich für den Support bedanken. Ich glaube, das hat jetzt 400 Aufrufe plus auch, äh, 74 Däumchen nach oben. Alter, das ist schon extrem krass. Wirklich ein dickes Danke dafür, ha? Genau. So, Linus und, äh, Money King, grüßt euch. Kennst du mich noch? Kennst du mich jetzt? Naja, manchmal, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kommt mir das auch durch das, ähm, Profilbild bissl bekannt vor dann. Und im Endeffekt, na? Weil manche ändern dann halt manchmal ihren Namen. Lassen aber das Profilbild drin. Und die Profilbilder prägen sich ja natürlich auch ein, das ist klar. Was hat mich als Profilbild, weißt du das? Das weiß ich nicht. Schade. Äh, weißt du noch, äh, früher immer 50 bis 70 Zuschauer? Ja, Linus, haben wir auch heutzutage stellenweise die. Lull. Du bist, ja, äh, Linus, schade. Willst du grad sagen, dass der Hype vorbei ist, mein Freund? Schade, schade, Linus, schade, schade. Na, die Zeiten der RTW ist ein bisschen anders geworden, muss man einfach so sagen. Na, es ist halt, viele haben leider auch die Lust verloren. Viele von denen, die ich damals gekannt habe, kann man aber auch irgendwie nicht so extrem verübeln. Klar, ich bin jetzt selber eine Person, ich hab's ja auch gestern in einem Video gesagt, die, äh, wirklich den Glauben nicht verliert an das Game. Aber, ähm, man kann's, wie gesagt, niemand verübeln, wenn jemand halt das Game lief, na? Und sich vielleicht was Neues sucht, was er extrem durchsuchtet. Ähm, Fischi, grüß dich. Naja, Benno und Linus, die alten Legenden. So trifft man sich wieder, hä? Geil, Digi. Ich kann nicht reden, äh, deswegen hab ich verlassen. Alles klaro. David, alles kein Ding, hä? Ist ja ganz klaro. Wer nicht reden kann oder irgendwie was ist, der Chat ist immer zur Verfügung. Auch dafür da, ja. Könnt ihr gerne reinschreiben. Ihr könnt mich, wie gesagt, per Livestream-Chat oder auch gerne per Gruppen-Chat oder Team-Flüster-Chat. Oder halt wollt anschreiben. Wie in alten Zeiten. Alles klaro. So, Marc, was geht? Grüß dich. Knochenmaus? Knochenmaus? Das sagt mir auch irgendwie was. Der YouTube-Name, hä? Soweit ich weiß. Äh, Nico Nosna, grüß dich. Kennst du mich noch? Ich bin Toxic700PFH. Und ich habe meinen Namen, äh, geändert. Wenn ich reinkomme, gib... Oh, das ist schön. Das ist schön. Ich kann dir auch gerne ein bisschen was geben, äh, Nico, wenn du möchtest. Wann machen wir den Tag der Sturmklänge? Äh, David Pro, wie gesagt, ich, ähm... Hatte halt, äh, gedacht, dass du heute so 15 Uhr mitmachst. Ich weiß, dass du dich entschuldigt hast. Ist ja auch okay. Aber dementsprechend, äh, wird das dann... Ist es heute nichts geworden. Weil, hätte ich jetzt bis 17 Uhr gewartet, na? Ist ja ganz klar, wir hätten dann noch craften müssen und... Wäre dann alles zeitlich ein bisschen kritisch geworden. Wir können aber trotz alledem das gerne Mogen machen. Also so ist es ja nicht, na? Wir wollten eigentlich, das ist auch für alle anderen Zuschauer ganz wichtig, äh, heute die Sturmklänge verschenken. Vom David. Aber das holen wir einfach Mogen nach, ja? Das ist... Weil das Waffencraften dauert ja auch ein Stück, deswegen. Na, bis wir da fertig geworden wären. Wisst ihr, wie schnell 10 Minuten rum sind? Und dann auch dementsprechend eine halbe Stunde, das ist extrem. Hast du noch Batterien? Hm. Ich vertaue, guck mal, wir sind schon wieder 11 Minuten, äh, 12 Minuten live. Fühlt sich an wie 2, gefühlt. Hm. Na? Ist schon ordentlich, alles klaro. Bruders, ich danke dir, ha? Jo, tschüss, tschüss. So, der liebe Dennis, mein Guter. Was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Wenn es da was gibt, was ich Ihnen... Er schlug doch bloß eine Spende, eine Spende. Eine Spende, das ist schön. Oh, ja. Nein, so nicht, das ist gut. Da haben wir auch noch ein paar drüben. Ach, schön. Und das meine ich halt, man geht gefühlt, wenn man online geht mit dem Stream, mit einer gewissen Anzahl an Items rein. Na, man hat eine gewisse Anzahl an Items. Denkt, man verschenkt ihm es viel, also im Endeffekt hat man mehr als vorher. Na ja, so finanzieren sich die Streams, na. Dann auch in den darauffolgenden Tagen. Ist ein schönes System. Weiß nicht, es warkt einfach, na. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Dass wir mit dem Game noch ein bisschen... Aber, na ja, wie ich es auch gestern im Video gesagt hatte, vielleicht wird er Sommer oder wird die Zukunft update-reich. Und da kann auch noch mal sich diese ganze Sache wenden, dass noch mal ein paar neue Spieler dazu kommen. Und vielleicht Leute, die gelieft werden aus dem Game, doch bleiben. So, Struppelpeter, du kannst es gerne nehmen, wenn du möchtest. Warte. Hast du vielleicht noch einen Schneeballwerfer? Einen Schneeballwerfer habe ich da moddelt. Oder möchtest du den nicht moddelt haben? Kannst du den entscheiden? Ich kann doch moddelt. Nimmst du moddelt, du kannst auch gerne... Äh, warte mal kurz. Ach, egal, jetzt. Ich frage doch mal nicht nach. Ich gebe das einfach. Wenn du nicht willst, darfst du dann im Endeffekt Bescheid. Eine gemoddelt und eine ungemoddelt Variante. Warte mal, wo haben wir denn jetzt den College? Oh, nee. Habe ich nur wenigstens mit aufgehoben? Ja, hast du. Denkst du? Ja, habe ich perfekt. So, pass auf, mein Freund. Du bist ja. Einmal gemoddelt. Und drei auf nicht gemoddelt. Und die Pirx, hoffe ich, sind auch nicht so schlecht. Äh, die Wettbewerber grüßt euch. Was willst du für 1K Cola? Wenn du möchtest, kann ich dir auch ein Karschenken, wenn du Bock hast. Bekomme ich bitte einen Song? Ja. Bekommst du dann heute Abend? Okay, Leo? Ich habe was Schönes geplant. Ihr macht's cool. Schönen Tag. Oder Leo, möchtest du jetzt einen haben? Das ist die Frage. Ich habe eine Frage, hast du noch einen Modus Schneeballwerfer? Vielleicht noch Feuer oder so? Hm, ja, glaube ich, einen habe ich noch da. Ja, aber ich möchte gerne einen. Ja, habe ich noch einen da. Hast du aber ganz groß? Und hast du noch ein paar Batterien? Habe ich auch da, pass auf mein Freund. Also, einmal hier Feuer. Na, ich glaube ich genau das gleiche wie der andere. Ich gehe jetzt mal 200 Batterien, okay? Alles klar. Ja. Alles klar. Ich brauche noch die Revolten. Okay. Dann kriegst du noch die Revolten, mein Freund. Dann machen wir das. So, bitteschön. Ich danke dir, ha? Ciao. Jo, tschüss. So, liebe Freunde. So ist das. Flo, du konntest mir auch paar Revolten geben, dann kann ich auch paar rausgeben. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, noch. Wenn du zu Hilfe bist. Dir auch ein bisschen was zu geben, wäre eigentlich keine schlechte Sache. Ach, keine Ahnung. Ja, zwei. Nimm mal du, bitte. Ja, ja, mach mal. Ganz gewiss. So, der liebe Eric, grüß dich. Das ist schön, das ist schön, Nico. Und Fade rettet die Welt auch mal. Wie lange habe ich noch streamen? Also eine Stunde, denke ich, ungefähr Pi mal Daumen her. Ich habe mir, denke ich, dreiviertel bis eine Stunde. Hochstunde dann noch. Genau, wir wollen heute Abend eigentlich auch noch mal live gehen, auf YouTube. Was wir da machen, ein bisschen Mischmasch. Alles, was uns so einfällt. Na, durch Leo sein Geburtstag. Wollen wir da eigentlich heute nochmal bisschen streamen. Vielleicht machen wir den Stream auch erst etwas später. Machen da mal wieder einen Job-Stream. Vielleicht lasse ich es aber auch sein. Ich, wie gesagt, möchte mich da noch nicht ganz genau festlegen. Na, muss man da mal schauen. Alles doch. Und, ähm, David, äh, sorry, das... Äh, das ist nicht schlimm, David, das ist überhaupt kein Problem. Es rennt ja nicht weg. Die Skizze ist da. Du, wie gesagt, ne? Du bist da eh eigentlich oft da. Kann man sich dann auch gut austauschen. Brauchst du denn was? Oder du schreibst mich in YouTube-Kommentern an, haben wir ja vor uns auch gut hinbekommen. Na? Wie gesagt, David, das ist halt jetzt ein bisschen schiefgegangen, aber auch nicht so schlimm. Ist ja nicht schlimm. Holen wir einfach nach, ne? Das ist ja kein Problem. Äh, du kannst hier gerne reingehen, weil ich weiß nicht, was hier noch drin ist. Bisschen Ruhrerz ist noch da, ja. Oder möchtest du einfach eingebaut werden? Ah, haha. Okay, interessant. Aller eingebaut werden. Flo is camped Visa, denn er ist Visa-0. Ach, der hat sich glaubt du also aus dem Flaschkopf. Grüß dich, grüß dich. Äh, weil ich nicht spam oder so will, kann ich... Äh, ja, Justin, das ist eine gute Sache. Da freue ich mich auch, dass du das nicht tust. Ähm, wie man beitreten kann, indem man, äh, wenn ein Platz frei ist, reinkommt. Das ist jetzt einfacher gesagt als getan, aber nicht unmöglich. Wir versuchen ja auch wirklich in einem guten Tempo zu traden, sodass man jetzt mal... Du hast heute auch Geburtstag, denn auch alles gut an dich. Ja, viel Gesundheit, viel Erfolg und was du dir sonst noch so wünschst. Das ist ganz klar. Na. So, jetzt gehen wir nochmal an Cardi. Genau. Oh, das ist echt lieb von dir. Dankeschön von Herzen. Ah, du hattest ja gesagt, Nico, dass du mir ein paar Sachen spenden möchtest. Falls du aber irgendwie noch was brauchen solltest. Was kleines oder so irgendwie. Ja, du kannst gerne jederzeit kommen. Und, ähm, Luke, ich nehme an. Kein Problemchen. Machen wir. Wie mir es heute geht, äh, eigentlich ganz okay. Jo, gibt's eigentlich nicht zu sagen. Na. Äh, jo, alles klar, Nico. Wirklich von Herzen ein dickes Dankeschön. Warte, die Effis, äh, werde ich dir... ...geben. Gibt's doch noch 2000 Jahre, ha? Alles klar. Wunderbar. Und, ähm, Cardi, hattest du noch einen Wunsch gehabt? Oder? Ja, falls noch was geben sollte, kannst du gerne Bescheid sagen. Und, Leute, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich im Stream für die, äh, knapp 30 Däumischen auf dem, äh, auf dem Livestream. Halt, ha? Geh mal kurz raus. Wie geht's den Kampfhosen? Och, der, äh, wieso, äh, redest du eigentlich in-game? Ich weiß, danke, 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 danke. Äh, nur als Info, äh, es gibt einen Spieler, der heißt Marvin Lenzen 08, den lasse ich nie wieder helfen. Zwei, das ist ein Röscher, Röscher, Röscher. Oh, meine Mutter, sehr ruhig. Oh, bei Gott. Äh, 135, ja. Ja, ich muss die ganze Zeit so machen. Ähm, 135 ist das höchste. Das höchste Level, welches es bei, ähm, epischen Waffen gibt. Na, und, äh, das wäre jetzt, wenn die Gold wäre, eine 144er Waffe. Deswegen 135, ja. Ist noch was sehr Besonderes, denn, die meisten, äh, stecken ihre Verbesserer nicht in die Revolten rein. Auch deswegen, weil man halt die, äh, Waffe nicht wiederverwerten kann. Und somit quasi dann die, na, Verbesserer nicht mehr rausbekommt. Und zweitens ist es halt so, dass es auch Leute gibt, die dann eher eine 144er Skizze anstatt von 35 haben. Bist du, was ich meine? Dann quasi lieber eine Goldene. Ja, deswegen finde ich die Revolta ist eine sehr besondere Skizze, auch auf 135. Hat das abgefuckt? Hilfe. Was fragt ihr ab, dass du bei mir am Stream bist, oder was? Nee, es fragt mich ab. Ich hab, jeder, ich versuche reinzukommen, die Sweat nur Mutters Ehre. Bro, es sind nur mal ein paar Leute da, da dauert es nur auch ein Stück, bis mal jeder, die, Marvin, Physik, weißt du, was Physik bedeutet? Ja, schon, aber. Dass Sachen so sind, stellen wir jetzt auch, wie sie sind. Wenn's regnet, Morph. Ja? Wenn's regnet, kannst du auch nicht so lange pusten, bis die Wolken wechseln und der Sonne nicht wieder scheint. Verstehst du das, Marvin? Verstehst du das? Ja. Wirklich, das bezweifle ich, dass du das verstehst. Und das ist genau das Problem an der Sache. Hä? Schade. Schiech, also ich gebe euch auch, ja. Ach, warf alles gut, ist auch nicht schlimm. Du weißt doch, wie es funktioniert. So, Punkt. Alles, Laro, Kadi. Ich geb' dir aber noch paar Sonne, ich s'jahr. So, bitte schön. Adina ist da, grüßt euch. Willkommen im Stream. Kann ich mehr bei Ostererwerfen? Bein, doch. Aber why? Äh, warum, naja, weil da liebe Kai das so wollte. Ähm, ich sage. Na? Kai wollte die Revolte auf 135. Geil. I love it. Ja, dann. Ist doch gut. So, alles, Laro, Kadi, ja. Wir danken dir erst mal. Bitte erst mal liefen. Ich nehm mir zwei Ostererwerfen. So, Kai wird's da erst mal liefen. Wegen hier. Ja, kann ich machen. Alles, Kai, ich danke dir, ja. Ja, immer doch. Alles, doch. Sag einfach im Stream, wenn du nochmal bei Sprossen kommst. Genau, und du kannst, wenn du willst, wegen Philipp, ja. Das hatte ich ja oft schon gesagt. Nicht, dass er denkt, äh, den Link immer mal reinhauen haben. Ja, doch, wenn ich so darf, macht's mal. Macht's, macht das immer mal. Nicht spammen, aber immer mal wieder, ja. Ja, ist okay. Weil wir haben ja unseren IKT auch noch. Alles klar. Mottetwaffe war's gut. Ich hab' nur noch 200. Kann ich noch gemottet? Oh, ne. Da hat jemand 8 Perfaffen noch mal. Einfach so zum Schränken. Also hast du eigentlich vielleicht. Was denn? Eine Mottetwaffe für mich. Eine Mottetwaffe. Wer, wer dieses ganze Bright und die ganze Sonne hier? Ähm. Ja, Double Elemente haben wir noch da. Ah, schön. Äh, wie lange ist das Streamer heute? Ich denke so 40 Minuten. Wir machen eigentlich immer eine Stunde mindestens, wenn das stümlich abstürzt. Hier und, ähm, ob es geht selbstbedienungsladen, wo zur Information, ne? Ja, da, ich meine Sachen, ne? Du kannst dir auch, ähm, von jedem 3K rausnehmen. Ich will nur, ich will nur rotierende Teile. Du kannst auch, äh, 3K Sonnen, 3K Bright nehmen. Ob er denn nicht mehr. Okay? Ja, ja. Ich sag' was hält, wenn ich brauche. Ja, okay, alles klar. Äh, darf ich dir OG-Waffen geben? Du kannst mir geben, was du möchtest. Ich freu' mich über alles, ja. Spenden sie noch was feinert. Ja, den, grüß dich. Oh. Oh. Ich dropp alle Waffen, äh, und ihr, ja, komm, das sein. Äh, Luke, noch mal willkommen an dich im Stream. Moin. So, cool. Ich hab' jetzt einfach von jedem 1K genommen. Ist okay, genau. Äh, wann kommen eigentlich wieder Custom Games? Ich weiß nicht, wie man das mit Customs machen, denn, liebe Freunde, äh, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das jetzt, äh, aussieht zwischen, wenn man mit der ganzen Custom Games Thematik. Aber ich hab' äh, erfahren, dass der Adrie keine Custom gelesen hat. Das weiß ich eigentlich noch gar nicht, ob das stimmt. Ich kann ja eigentlich mal kurz anrufen. Das hat nämlich doch, äh, Philipp und der 187 Beste gesagt. Und da könnte das eventuell sein. Morph. Entschuldigung. Gut. Was willst du haben? Äh, ich brauch' Effis. Ist gut, kriegst du gleich. Lürft das da, kann, kurz da aus. Oder Effis? Kann ich geben, hau. Alles klar. So, Xtreme und Werdenkind. Und, äh, Doktor Frosch. Ein Moin und Salamaleiko, mein Freund, was geht. Alle Legende. So, Epic Namen schreib ich rein. Effis, wo sind die Effis? Wo die Effis sind, die sind in meinem Inventar, die kommt gleich zu dir. Alles gut. Ja. Sandy, grüß dich. Danke fürs Reinschalten. So, ich rufe den Kollegen mal kurz an. Aber wenn der Mets knapp werden, hab' ich noch 8 Karts. Ja, kannst du es extra. Effis? Ja, perfekt. Ich weiß nicht, ob der gerade FNCS spielt. Ich will jetzt nicht stören, oder ist FNCS? Ja, ich rufe dich nicht. Ah, jetzt. A3, Moin, wir sind gerade live. Also die Leute hören nicht mit. Oha. Seine Stimme. Ja. Du meinst die Stimme mit den Custom Games, dass du die Kinder mehr starten kannst? Äh, ja, Dings, aber ich rufe mir. Ich versuch's, die das auch noch. Ah, nee, alles gut. Nee, weil im Chat jemand gefragt hatte und da Philipp und 188 mir vor uns gesagt hat, und das ist halt ja. Ja. Nee, alles gut ist. Ich wollte mal wissen, ob das stimmt. Nee, alles gut, Audrey. Wenn nicht, denn nicht, dann lässt es schnell die anderen. Das ist das Schade, aber ne? Ja. Alles guti. Adrie. Egal. Also, wie gesagt, Adrie, alles guti. Wenn, ha, ich, äh, es stimmt noch paar Minuten und wir können jetzt auch noch mal gerne aufs Stream anhalten, wenn du willst, oder heute Abend. Je nachdem. Küsschen. So, wunderbar. Äh, komm nicht. Ne, alles gut, immer. Ist doch nicht schlimm. Alles guti. Äh, und was ist das schönste, was in der... Was ist das schönste, schönste, was man in der Quarantäne machen kann, Chat? Äh, ja, soviel wie man möchte zocken gefühlt. Das ja, das stimmt auf jeden Fall. Habe ich damals so gemacht. Und gestreamt. So, ich hab jetzt erst mal ein paar Waffen nicht gemacht. Mh, einfach streamen, einfach streamen, bestenfalls. Oder einfach zocken, die... Macht das, was man vielleicht sonst nicht unbedingt noch machen kann. Ganntag, weißt du? Also, Sachen, die man vielleicht sonst... Na? Man muss versuchen, auch in so einer Price-Situation, das Beste vielleicht irgendwie draus zu machen. Ja. Okay, gut. So, nur eine? Also, bitte? Nein, man muss... Schön, ja, schön, wie gesagt, das ist eigentlich die richtige Sache. Ja. Also, einer kann zu mir kommen, wenn du Bock habt. Ihr müsst ja nicht kommen. Ja, das reicht das mal, okay? Schön, dass ich auch mal besucht, ja? Dann gebe ich dir nochmal, warte, bleib da. So, dann gibt's jetzt. Ja, schlafen kann man auch, aber zocken, es schmeckt auch. So, alles klar. Ja. Ja, den kann ich fallen haben. Du kannst auch verfallen, nicht? Auf jeden Fall. Ich brauche vor allem den Boden fallen. Okay, ich habe dir mal alles besucht gegeben. Du kannst noch ein paar Heidis hier haben. So, wir danken auch. Tschüss, tschüss. Ciao. Mein Freund. Habt ihr noch da draußen Waffen? Ihr verschenkt? Ja, hier, komm her. Ja. Ja. Ich bin angeschwört. Hallo? Ja, was denn? Wir haben hier die Waffen. Alle. Ja. Ihre. Fande. Äh, die rollt, na? Tschüss, gut. Gut. Uns verschrocken. Jo, danke. Ich brauche einen Oster-Eyerwerfer. Einen OG Oster-Eyerwerfer. Einen OG Oster-Eyerwerfer. Extrem, ich danke dir, Max Gudi, ja? Da. Ah, du wirst doch passt auch nicht. Okay. Tschüss, Gudi. So, wieso, äh, zweit, ah, kau, was, 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 was? Hä? Zersuche, hä? Also, äh, was meinst du jetzt damit? Äh, du bist zu hübsch, ja, ja. Ach, du geh. Also, Zettler, bitte im Raum trotzdem halten, ne? Nicht anmachen. Was gibt's nicht? Sonst lasse ich dich auf Visas Wunsch. Danke nochmals. Da banne dich selber weg. Lassen. Nee, dich, ne? Hm. Ich bin nur einziger aus dem Chat, da dich banen kann, Zettler. Also, machen ruhig. So, kann ich nicht enden. Das ist nicht schön. Sollte aber eigentlich gehen. Auch wenn man manchmal ein paar Probleme mit dem FS. Äh, wir haben einen neuen Händler verloren. Der, der macht jetzt für uns hier, ähm, der gibt uns immer Waffen. Wer denn? Guck, guck, guck. Mein Freund ist unfremd. Ach ja. Mein Freund ist unfremd. Na, guti. Modivisa. Das ist der zweite Account. Von mir. Mhm. Der dritte Account wird so gesagt. Wie? Das ist mein Hauptkanal. Ne, mein vierter Account ist es. Ne, mein fünfter. Ich weiß nicht, wie viele. Ich hab einige Kanäle. Das ist doch. Vierter oder fünfter oder irgendwie so. Auf jeden Fall. Ja. Es ist raus. Wieser bin ich in Wirklichkeit auch Modivisa. So, bitteschön. Alles klar. Ach ja. Mh. Einere Wolfen im Schirm hat. Die gar nicht. So, dann alles klar. Herr Extreme. Bitte erstmal lieben. Das noch paar andere scheuen können. Wäre eine gute Sache. Okay? Hallo. Alles klar. Tschüssi. Oh, Skulli. Hallo. Hört man mich? So. Feinde Sache. Man hört dich. Ja, ja. Grüßt euch. So. Pass auf. Oh, Flore. Ich mach jetzt. Ich trade jetzt mit deinem Brightcore. Was da lieb. Hm. Okay. Grüß dich. So. Moin. Äh. Na ja, ne. Ich brauche eigentlich. Ich kenne große. Äh, ne. Lass es lieber sein. Ein Moduswaffen brauche ich jetzt nicht zu extrem viel. Ey. Aber es gibt die meine. Nämlich auch. Weil. Doppelpunkt. Das Problem ist nämlich, dass wir die Sachen hier auch für den nächsten Tage brauchen. Und ich die ja nicht hier liegen habe. Zum Spaß. Die liegen hier, weil ich den Inventorplass haben. Für Flore. 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 Ja. Das ist für dich wert. Die sind alle Doppel-Element. Großes Dankeschön. Geh mal noch mal vor von den weg. Und du kriegst noch. Sondern das denke ich. Gut. Dann Dankeschön. Und Partyboy. Bist du am Schlüssel? Danke. Wieser ernsthaft. Marvin. Was machst du denn? Was denn? Roll deinen A aus der Box raus. Du Knallkopf. Mein. Was habe ich gerade gesagt? Hast du keine Ohren? Gucken. 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 Du willst nur gucken. Du hast die Gott genommen. Marvin. Ich habe dir das gerade. Du verstehst das wirklich nicht. Du mit den Wolken bestimmt das verstehst du auch nicht. Was wir wollen? Ne. Das ist genau so. Ne. Ne. Du verstehst das nicht. Ich habe das extra aus. Ich warte das noch mal raus. Ja. Ich kraft jetzt auch zum Gelegen. Ja. Ach die 말고. wirklich auf 6 6 6 6 6 ja genau und das ist da wirst du aber nicht weiter ja aber lasst es zu diesen grünen weil der wende wie gesagt habe ich nichts mehr dafür nächsten tor das ist das was ich das ist ja nicht spenden von heute das ist mein ganzer anderer was den ich noch habe grüß dich wie gesagt louis haben okay alles so lehrt und party erst mal liegen es gibt keine 6 minus es gibt das 6 minus doctor ich habe schon eine bekommen ich weiß dass es 6 minus gibt das lustige war dass die lacherin das minus weggemacht hat dass es nicht ganz so schlimm wahrscheinlich aussieht also die 6 minus gibt es okay das hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen soll dass ich lustmarscher bin was war denn das für ich weiß auch nicht was das war racy und er jakob grüßt euch mir geht's gut und ja jakob schießt mal was was ist denn was war es war spaß aber auf soll wirklich nicht alles aufnehmen das ist ja klar eine schöne sache da grüßte ich noch mal ganz lieb im stream hat auch wieder mit top gameplay haben wir auch am stelle grüßt euch ich bin in jedem stream dabei das ist schön das ist eine feine sache ich habe dir auf stream schon ein paar sachen gegeben möchtest du noch was haben was kleines oder was ist denn dir was ist denn dir ist schon klar dass man wie sagt wie meinst du das ist mit dem was was ist denn jacks kraft und auch ein typisch ein herzliches bekommen noch mal alles war gibt es mir auch bitte was genau was hast du eigentlich von der wir auf dem bereich hat die trüge das leben das ist sehr schön noch kurz mit einfach machen wir dann noch mal machen wir dann noch mal das passt gerade nicht rein irgendwie ja wie soll ich habe da auch gerade überblick verloren was möchtest du ich habe noch vor die starke macht was du vermischt so verteilt nicht so alle auf einen zu unterwachen willst du noch dass wir noch die hier dazu okay alles doch ganze oder bitte erstmal lieben so weit das passt so epic name schreibt man noch mal ein chat rein kurz sorry für die relativ frühe reaktion ist aber auch angekündigt ist ganz wichtig immer oben im denk mit gucken ja ja ich habe so stark aus ja es angekündigt ganz erinnern noch ein stelle ist es warst du meinen mir erstmal lieben hallo komm du hast auch schon extrem gekommen das ist das was hast denn hier ist denn was das sind sachen die ich nicht ins impf tun kann weil ich voll bin gerade leider das ist so schwierig mit den fs du bist voll und egal wie du ein freundes sind alles leute die noch freuen geführt weil ich hier gefällt jetzt gerade jeden kerner das ist absolut ja wirklich beim besten willen deswegen gebe ich auf stream nicht auf dich ist so viele sachen das mache ich nicht weil ich aber das problem ist dass ich dann nicht nachweisen kann dass ich das schon gefühlt mein halbes ins gegeben haben du hast von mir so viele sachen aufstehen bekommen ja bitte sonst kann man das auslöcher machen wenn du dann uns schon nichts aus naja trotzdem braucht du wirst gar nicht was ich den off stream alles gegeben hatte ja einiges alles eigentlich alles was wir brauchen können und typischer typischer ich nehme kratzene fahrs an bitte einen ruhigen machen hier wird nicht gespammt und ich weiß ja nicht was daran so schwierig zu verstehen ist dass das game stellenweise leider leckt es tut mir wirklich leid aber was will ich noch machen ich würde auch gerne die lieben gerne alle annehmen können ohne dass es leckt aber ich muss halt jedes mal wenn ich eine fl annehmen irgendjemanden freunden dann muss ich bestenfalls jemanden raussuchen der jetzt nicht beiträgen will sonst gefühlt kenne ich halt jeden deswegen muss ich erst mal immer dann suchen das ist übelste arbeit das kotzt ab muss ich euch ganz ehrlich sagen und beim besten will ich hab noch nicht so viele leute mal auf eltern oder nicht so viele wie vorstellbar sein ich gebe einfach mal wirklich das ist nicht doof gemeinnert ich da und her aber das ich habe da die schnauze auf epi game stelle so voll dass die dann nichts machen guckt an das switch du jedes mal wieder nach oben das verstehe ich nicht aber alles gut kann man schon hin haben alles darauf kann ich beitreten top game der du kannst kommt auch alles typisch aus trainer wunderbar so alles klar das ist der doktor ist das das ist der doktor hat er im chat geschrieben was er braucht haben das ist jetzt die frage genau kurama du kannst einfach im chat bescheid sagen ich gebe dir erstmal die ich habe ihn schon gegeben ja ist egal jetzt alles gut passt schon hast du mal mal was hast du welche geben oder war's okay sondern ich wollte schon alles gut so alles daraus so ein typischer mein freund noch gleich mit ihr weiter und er hat die sie kommen auch an dich was geht heute machen wir das mal so hier bekommst du von mir die 500 sonnys die ruhig an alles gut genau die gehe ich mal noch ein paar kampfwaffen dazu haben dass man die anderen mit losbekommen alles doch wie viele märkte knapp 200 vielleicht fakeshot grüß dich erstmal ich hab gerne viele märkte gehabt aber ich bin so gerade wie es ist eigentlich gut zufrieden und leute nochmal fährt es danke wie gesagt für 35 deutschen ich weiß nicht ob ich gott schon danke gesagt habe aber doppelt hält besser doch nicht nachbar ich wusste ich willkommen ich bin jetzt frei ja was ist denn jetzt mit der marke warum gelöscht weil ich naja das ist halt das problem ich muss jedes mal einen freunden wenn ich einen neuen annehmen will da kann es mal passieren dass ich da naja resi resi hallo ался kurs ich ebenfalls was geht grüß dich ins stream so alles prodok dann erst mal lieb oder möchtest du noch aufhalten haben hab ich gerne sagen wenn du möchtest ich kann ich bloß einladen Nee, Racy, ganz wichtig, als Mod Spam FA, das Wort FA zu Spam. Und du hast noch nicht mal bitte geschrieben, Mod ist eine Vorbildfunktion, ich musste das nicht erklären. Ich möchte mich nicht aufregen, aber das muss ich so sagen, weil sonst, ja, endet das nicht gut. So, ich höre, warte, ich höre auch fast, AZ läuft, ja, das ist schön, da freu ich mich. Da freut sich auch die Visa drüber. Nee, Top Gamble, wenn die Lobby voll ist, dann steht dann dort einladen. Ha, sobald aber ein Platz frei ist, steht Gruppe beitreten. Oh, und da kommt man manchmal auch rein, das ist eigentlich so die Sache, andere Sache. Mary, glaube ich, Mary, was möchtest du? Ähm, wenn's gehen, beziehungsweise, ja, okay, kann ich geben. Kein Problem. Bitteschön, die Waffen hast du bekommen und dann danke dir ganz herzlich. Danke. Jo, schönen Abend hier, tschüss, tschüss. Auch nicht schlafen. Auch alles guti. Auch jeden. Also du bist auch noch mehr Weugs dazugeben? Auch ne, schön. Auch klar, ich hab ja noch. Warte kurz. Mehr Weugs sind schön. Finde ich eine geile Party. Ich mach dir auch mal rein. So, Freunde. Sehr, sehr, sehr. Wachen, Zorn? Hm, hm. So, alles. Hättet ihr vielleicht noch ne Papa-Batterien? Wir haben noch Papa-Train da, Mary. Oh, ich brauchst du dir. Oh, ich muss dich haushauen, das ist wirklich, das wird sonst ja, ne? Nelde dich einfach im Chat in Zukunft, das ist wirklich ganz viel schlecht, dass du, ne, wenn du irgendwie was brauchst. Absolut, ich hab die Mod-Batterien. Ja, danke, danke. Hallo, ich bin Alpi. Was denn dein kleiner Bruder, der gespammt hat? Ey, Pro. Warum hab ich keinen Mod mehr bei dir? Hä, ey, ey, du warst bei mir? Frag dich doch selber mal bei Alpi. Warum? Frechschall da war. Ich bin inaktiv, ich weiß, ich weiß, ich hab dich nicht an. Schreibst wenigstens, dass du es brauchst. Ah, ne. In Moderator ist der Vertrauensperson, wenn ich von dem Mod angelogen werde? Magen. Nee, ich tu das noch nur in die Box. Bitte, ich einmorde ungern, Leute, Racy, aber es muss wirklich eine gute Basis zwischen dem Streamer und den Moderatoren stattfinden. Wenn das nicht gewährleistet ist, können wir die Zusammenarbeit leider so nicht weiterführen, ne? Weil ich tu die beiden Banner. Es gibt sogar einen Banner mitnehmer. Oh, nice. Wenn ich tu die was nie rein. Ja, aber am besten hier in die Ecke. Das heißt nicht, Racy, dass die Zusammenarbeit beendet ist, das heißt nur, dass, wie gesagt, wenn das nicht gewährleistet wäre, dann, ne? Will ich schochen was? Amfass, was du brauchst. Und Floh hier. Weil, wie das, das klingt hart jetzt auf Anhieb, ja, aber das muss ich so sagen, weil sonst, mach ich was verkehrt. Ja, das ist eine wichtige Sache. So, bitte schön. Ja. Grüß dich, LW-Feuer, Sie kommen. Das ist nicht, Flori. Äh, was ist so, ich die nehmen, die met den? Oh, 5k. Albi, geil. Ja, ich mach die nicht. Ne, nen schöner Platz, wir geben, na klar. Holz ist immer schön. Nice, Nass. Soll ich auch holen? Ah, perfekt. Ne, du brauchst nicht aufheben. Ach, ich habe. Ich krieg' ich schon unter den Star. ich danke trotzdem dass du mir helfen willst oder das gut habe ich nicht nur bei holz begrüßt mich nicht adrian pro ich hab dich von zu größeres wer sich ganz genau das will sich aber ganz genau oder meint zurück im stream dann begrüße ich dich noch mal ganz lieb auf jeden fall das gleich so ja dankeschön dass ich lieb genau grüß dich war was denn für uns gerne was man es von skar da ist auch ein willkommand ich gerne so schreibe rein dass ich ins kammer bin du kannst euch machen so kann ich fest dass ich genau bin gehen wir alles gut soll ich dir was lustigste sachen dass ich schnell ein schlechtes gewissen habe wenn ich so was machen würde ich da nicht wo ich schlafen könnte muss man nicht glauben wie soll ich schlimm und aspekt nummer 2 ich wie gesagt liebe die leute in rdw ich liebe die rdw community ich liebe meine community und wie gesagt warum soll ich da leute scamp egal aber gm zz unterstellen leuten sachen die nicht stehen genau ich will nur ganz kurz etwas damit sagen ich weiß nicht ob du noch da bist ja aber falls du das in echten leben auch so macht machst bitte besser dich daran weil das kann übel ausgehen na wo ist deine info gut alles war weiß bescheid er weiß ich kann auch permanent machen wäre besser so was brauche ich nicht im chat solche nachrichten zu holzverlagerion was möchtest du haben aus ja kennst du mal jemand ja ich kenne mal die mann nach geil top gameplay ja auch mal schauen in nächsten wochen müssen wir mal schauen ja auch ein wunderbar ja wer so was schreibt können permanent machen das ist korrig gebe ich noch mal von denen alles darauf so könntest du wieder meine erfahrten nehmen ja könnte ich machen rettet die welt wird das können wir hinbekommen der hat nicht mal im moment geschrieben hat zwei mal herrn noch nicht beleidigt oder mir auch sachen unterstellt und sowas gibt es nicht nur und das problem ist das einfach die ganze kamerei auch hätte die welt leider in negative licht rutsch kann ja nicht da generell schon die schnauze voll habe es ist einfach so da bringt es doch nicht das selber noch zu machen nachgelassen das riesengroßes gelaber muss man einfach eigentlich haben wenn ich jetzt richtig professionell wäre würde ich nicht darauf eingehen ja das stimmt aber da generell vielleicht noch was zu sagen ist vielleicht auch nicht so verkehrt und er kennst du was du was kann ich ja gibt es eigentlich jetzt schon für ps4 noch nicht oder das sollte habe ich dieses jahr auskommt noch oder genau die anderen das ist sonst noch genau wunderbar wo alle anjahr erledigt mich war fnz spritz aus dass alles lau johann herr da bitte erst mal liefen und das gleiche gilt auch für alpi das noch ein paar andere scheuen können liebe zeit was machst du denn hier weißt du das zeug ja jetzt morgen ich hab's aus meinem vorbezogen kappen muss ich sein dass du gibst f iso alpi kann ich geben muss doch nicht ganz natürlich geben was du möchtest bin ich legt zu mal dem mann bitte tu mal ne kommt bitte ja das ist ja schön okay aber wie gesagt nicht irgendwie andere links reinhauen bitte ganz wichtig ist es nicht schlimm aber bitte für die zukunft merken wollte man damit flexen die kann ich ja da rausschmeißen wir haben nämlich flexor ja du wirst du hast aber mehr als ich das wahrscheinlich nicht ich wir haben ja es gehört alles in der wir beide sind freunde natürlich gehört es gehört uns allen der ganzen community gehört deswegen geben wir es auch der community weiter das kommt von der community und ist für die community so ist es solche leute wie du die ja noch mit mit flexen um geil sein zu wollen den zeige ich mal wie geil sie sind wenn sie aus der lobby rausgekickt haben das bescheid ne spaß aber wie gesagt das kann man schon kaufen vorbestellen oder kann man sich dann auch zocken das wird mich mal interessieren epic schreibe ich rein kein problem oder machen wir doch angepint da stimmt auf jeden fall genau das hast du gut erkannt genauso wie beide leute auch der link zum neuen video den link poste ich noch ein paar mal rein wer bock hat das abzuchecken kann das sehr sehr lieb gerne mal tun geht ja wie soll ich sagen um ein thema was rettet die welt eigentlich sehr betrifft natürlich und zwar um die zukunft von rettet die welt was so die nächsten wochen monate und jahre passieren wird passieren könnte was wünsche träume und theorien und wie gesagt so sachen wie spekulationen sind es sind knapp 13 minütiges video haben wir bisher die landschaft gefilmt und nebenbei bitte gequatscht zusammen mit lukas oder mal kurz und lange nicht mehr guter ja schon wieder noch mal im stream reinkommt ich würde nämlich gerne noch was fragen wollen aber alles gut zu machen machen weiter mit abokalyptus müssen rechte wegnehmen wenn es nicht passt hier wird nicht editiert habe ich wie oft zurechtnuss ich habe ich nicht gedacht komm mal rein komm mal herkommen wieder das mache ich auch alles so also apokalyptus was möchtest du warte mal ich möchte die wirst bei dieser mokke goody brauchst du paar wollten noch kann ich mal noch mal geben ich denke die sollten für den heutigen stream noch reichen eigentlich hoffe ich alles klar und alles klar was gut der k bitter nein muss man nicht top game play das ist nicht das ist nicht wahr man muss man kann den reinschreiben das ich halt mit meinen einfach aber die partie nimmer jetzt noch schnell mit anderen passt aber top gameplay nicht wenn das machen wir nicht wieder haa so pass auf naja weil das bringt nichts Ich übertreibe halt komplett mit den Sonnen. Äh, Chantal, grüß dich. Naja, was soll ich sagen? Das sind halt die Spenden. Ich glaube, er meint meine Sonnenkamp. Nee, ja, der flext halt, deswegen haben wir ihn auch. Was macht denn ihr? Ach, Racy. Das tut weh. Mann. Was ist denn da dran so schwierig? Muss ich denn das 30 Mal erklären? Wie verhält man sich als Moderator? Oh, hi, nee. Musst du einfach Muskelknecht nehmen. Wieso bandst du denn permanent? Was ist das denn für ein Mist? Oh, ich sterbe ja langsam, wirklich. Ey, wirklich, das nervt einfach. Alter, Alter, du. Okay, sorry. Ja, nee, aufpassen. Klar, jeder kann man fehlern, aber das ist... Wirklich, du musst da deine Gedanken zahlen nehmen, wenn du Mott hast. Das ist kein Sp... Ich mein, klar, ne? Wir machen hier alles zum Spaß, natürlich. Machen wir das mit Lust und Freunden. Aber man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht Leute bandt, die, äh, na? Und hat der 300er war jetzt ein bisschen unangebracht. Das muss nicht sein. Man kann die Nachricht auch einfach löschen. Man muss auch ein bisschen die Intention da, ja, sehen. Man muss immer die Person betrachten. Was für ein Grundwahrerspam vielleicht auch. Wie gesagt, wenn das nicht passt, dann müssen wir das wirklich... Es bringt nichts, wenn ich die Leuten Mott gebe, die im Endeffekt alle bannen. Das bringt auch nichts. Na, das muss wirklich passen. Das ist auch nicht böse gemeint. Aber ich muss das wirklich so hart, wie ich es sagen. Weil ich im Endeffekt da bin, der dafür sorgen muss, dass die Moderatoren das machen, was sie, äh, wie gesagt, ne? Wer hat denn jetzt die Sachen hier aufgehoben? Also quasi nichts machen, was sie nicht sollten. Wer hat das editiert und die Sachen aufgehoben? Weil ich im Endeffekt dran schuld bin. Weil das meine Aufgabe ist. Hallo? Hä? Wer hat die Sachen, die hier gerade lagen, aufgehoben? Ja, ich hab... Was denn, was denn? Hier unten, die drinnen... Hier, ich hab... Ich hab ne Präumide gemacht und darunter waren Wachsen. Wer hat die aufgehoben? Lass, lass, da ist doch egal. Du musst... Waren da unten die Box, mein Bruder. Ja, das... Ich will ja gerade ein paar Waffen lagen, also... So, wir streamen aber nicht, by the way, um hier ganzheit uns zu beschweren und rumzustimmen. Das ist nicht die Intention, ha? Ja, dann sollen wir auch von einfach hier die ganze Zeit zu editieren und aber... Dann, äh, drop die Waffen hin, wo sie sie nicht nehmen können, wenn sie nicht vergeben wird. So, alles darüber. Rapperballon, was möchtest denn du noch haben? Äh, ich brauch... Hast du Break, ha? Wir haben noch ein bisschen Freude da, ha? Gib mich mal noch 500 Stück, okay? Darf ich so, Jee-Waffen von Mollet lassen geben? Äh, natürlich, gerne, klar. Warum denn nicht? Soll ich die... Spendenluckst du? Das wäre auch gut, genau. Und ähm, Killernahme, was möchtest du? Gibt es da noch einen Wunsch? Oder... Auch bei der Freude, kann auch hier, kann ich mal auch so. Genau, 1, 2, 3, 4, 5 von denen. Und dann hauen sie erst mal rein. Hm. Also bitte, Fah, nee, meine... Warte mal, nee. Ah, gut, wir haben erst mal die jetzt ja. Die anderen. Das ist auch gut. Da haben wir dann hoffentlich morgen mal nicht so ein Problem mit dem, äh, n. A3, alles gut, ich will es mal, dass du es weißt für die Zukunft. Weil wenn ich nichts dazu sage und es einfach so weitergeht, dann, ja. Bringt das ja nichts, musst du ja draus lernen. Obwohl ich dann das permanente, extra, das zu schlimm fandet, das ist dann von Raised, ist ja egal, ich rede da auch nicht groß drüber, ich hab's gesagt. Und damit ist gut jetzt. Nun, wenn's nicht geht, werde ich da schon meine Maßnahmen ziehen müssen. Ich weiß, wie man's tut. So, jetzt passiert aber nichts, alles gut, also muss ich von euch beten, kann auch zurück machen. Ja, das kommt drauf an, wie dazu, äh, alles klar, genau. Ah, kannst du nehmen, Marvin. Gut, ihr beiden, dann danke schön, ich fürs Scheuen, ha, und man hört sich. Macht's gut, die. Ha, was denn, gibt's noch? Die Totengräber sind OG, die Duper-Schredder sind 132. Ah. Und die anderen sind 134. Na, alles doch, mein guter Küstchen, ha. Ciao. Ja, oh, tschö, tschö. Ach, da kann ich die, ich dachte, er schreibt da mal den Link von Philipp. Schade. Na, es ist, warte mal, ich mach's noch mal ganz kurz. Meine kurze Sache, Leute, an alle, die im Stream gerade da sind, falls ihr, äh, Bock habt, könnt ihr gerne mal über den Link rüber zu einem guten Kollege von mir gehen, das ist Philipp Höllenpferd, kenne ich auch einige. Ähm, der steht gerade knapp vor den 3830 Abos, und ich hab mir versprochen, dass wir in unserem Stream heute form, ne, ja, wahrscheinlich die, äh, komm mal den Link reinhauen, ha, das ist der Link zu ihm, können Sie auch gerne mal abchecken, das sind, glaube ich, noch drei Abonnenten und so was. Äh, wie gesagt, dass er da, äh, da freut es sich, denke ich, auch drüber, alles klar. Wäre eine feine Sache, würde ich mich freuen, wenn da neue Leute noch mit dazukommen bei Ihnen, ha. Alles klar. Ne, wurde, wunderbar. Dann machen wir erstmal weiter mit Rice und Money King. Rice, was brächtest denn du, wenn ich fragen darf? Kannst du mich hören, Rice? Rice, mein Freund. Fettes Dankeschön, wir haben die 3830 bei ihm geschafft, das ist schön, danke, Leute, euch ja, dafür. Das ist lieb. So, wartet mal kurz. Wunderbar. Ne, ist eine feine Sache, freu ich mich. Ja, ich weiß, natürlich, Philipp, kenne ja auch einige, das ist klar, aber, na, falls noch paar Leute dabei sind, die noch nicht, äh, Abo dagelassen haben, weil ich wäre das eine feine Sache, der freut sich ja drüber. Guti, alles klar. Äh, dort, was denn los, mein guter Big Mac? Rice, wir danken dir. Du kommst nochmal profondieren. Müssen wir noch mit loswerden. Aber da hat es gut gepasst, Kai, ja, also die sind gut weggegangen, hat bis jetzt noch niemanden gegeben, der gesagt hat, ich möchte die nicht haben, mir gefällt dir nicht. Ja, die sind doch selten, ne, die macht nicht viel, also die Skizze, doch. Die sind schon schön, muss ich sagen, du. Also, von den deutschen, deutschsprachigen, rdw-zwimmern ist doch, äh, rdw-leute, ich kenne. Du hast mir keine Pistole gegeben, ja, da musst du es sagen, bro, da musst du es sagen. Die ich kenne, äh, das ist keine Einzige, das ist ganz wichtig. Ist keine Einzige, damit ist das Skizze. Ich bin, äh, niemand, der dann, ne, ein bisschen, du musst doch schon eure Gedanken mit zusammennehmen, das ist schon wichtig. Also, ne, wenn du dann drin bist, muss man schon ein bisschen mitgucken. Was habe ich jetzt bekommen und was nicht? Ne, weil manchmal vergesse ich da auch was irgendwie und dann, na. Ich glaube, da hatte ich nicht vor uns den beiden noch paar, ne, eine hatte ich glaube ich vor uns noch, er wollten getroppt, oder ist sogar zwei beiden, ich weiß nicht. Wie gesagt, da müssen wir das, müssen wir gucken, ich bin, ah, eh, Kai, am Start immer. Ich weiß ja, er kann, falls ich dann das nächste Mal keine mehr haben sollte, immer, oder ich tue dir einfach fünf Stück reservieren, weißer. Nice, Adrie, das ist schön. Grüß dich auch im Stream, Herr Mike, oder? Gut. Alles klar. Gut, wunderbar. Weil, was der Rezi, pff, alles guti. Wir sind, also, lange ist am ersten Mal am Ende von heute. Ich, das stimmt ja, meistens mal bis zum 18 Uhr, das wisst ihr, ja. Dann mache ich erst mal Abendbrot. Und dann, äh, schaue ich, ob ich da nochmal live geben. Es war jetzt nicht zu lange live gewesen, aber, Herr, wie bitte, Horace? Krust du machen, ist okay, alles klar. Grüß dich, äh, Valkyra, willkommen im Stream, grüßt euch. Genau, nehmt das mal mit auf, ja. Kannst die beiden nicht, wenn du so möchtest, irgendwie kann ich dir das ruhig noch geben. So ist es nicht, alles da. Warum soll ich dir die nicht geben? Also, hast du, hast du genauso wie alle anderen verdient. Na, ich denke, du bist jetzt nicht leer ausgegangen, aber... Trotzdem wäre es gut, wenn ich dir das noch geben könnte. Na, ist ja klar. Alle Waffen, die ich jetzt da hinlege, keiner hebt die auf, egal wer. Ach ja, so ist das. Weil ich gerade am sortieren bin und ich hasse das, wenn man mal die Sachen damit zerstört. So, alles klar. Äh, ich möchte auch noch rein, bitte nicht aufgehen, ja. Atran, ich bin noch ein paar Minuten auf Stream drin, das bin ich eigentlich immer. Zwar nicht immer ganz so lange, aber, na. Und, äh, Money King, hatte ich, gebe ich auch noch ein paar Waffen. So, und Rise, wie gesagt, hä? Rise and shine. Genau, genau, Rise, aber erst mal, mein Freund, ich danke dir fürs Dasein. Nee, sonst wird es schwierig mit anderen, die noch reinkommen wollen. Das wäre jetzt ein bisschen wunderbar. Äh, wenn wir das, würde ich nur eine nehmen. Oh, das ist okay, kannst du auch eine noch kriegen. Nee, Hauptsache, du hast so eine Waffe, weil ich finde die ganzen heiß. Auch, fürs Weiterscheiden eventuell. Oh jo, ist eine feine Waffe. Äh, habe ich da, Atran, habe ich alles getan, alles gut. Hier ist auch noch ein bisschen was drin, vor den letzten Tagen. Schaffe ich das jetzt, wenn wir aufheben, oder? Nicht ganz okay. Na ja. So, alles klar. Dann sind wir gut im Rennen. Atran ist drin, und nice. Das ist gut, aber. Ich wusste die Tür. Ich glaube, es waren wirklich eigentlich fast alle drin, oder kann das sein? Nö, es kommen noch safe. Ja, der kennt noch länger aus dem Stream, aber, wenn man es sich ja zu grob anguckt. Ja, wir können eigentlich echt gut heute. Hä? Wie ist es, wir machen einfach weiter, bis, alles wäre es. 18 Uhr ist gut, habe ich gesagt. 18 Uhr. Ja, okay, 18 Uhr. Na, Kürbis Kopf, grüßt euch. Darf ich, äh, dann nochmal reinkommen? Äh, wenn du Bock hast, klar, komm ruhig nochmal rein. Haben wir Lobby-Bug, oder? Money King haben wir auch was mal rein haben, dass vielleicht nochmal ein paar Leute reinkommen können. Und, äh, Game My Army, mein Freund, willkommen. Grüß dich, grüß dich im Stream. Äh, meine Kohle in die Box getroppt. Wie kann man denn ausversehen, seine Kohle in die Box getroppen? Was hast du die Kohle bekommen? Also, Bro, bitte nicht dropen, was nicht für mich gedacht ist. Ist ganz wichtig, ne? Das ist wirklich überlebenswichtig, weil, ähm, nur... Ne? Das kann ja jeder kommen. Das droppt einfach ein paar Sachen und, ne? Wie gesagt, nimmst du da nicht auf und, ne? Sag dann, wenn ich ne rauskriegen würde, ey, ich hab ja noch Sachen da. Nur, dass sie drinnen bleiben können, irgendwie. Ich mein, ist ja schön, dass sie drinnen bleiben wollen, aber... Für die anderen halt, das ist ja klaro. Ne, wie gesagt, tut mir leid. Also, Rice, das ist Mist sowas. Dann, dropp bitte nur Sachen in Zukunft, die hier für mich auch gedacht waren, Herr. Wie viel warten das, wenn ich fragen darf? Okay, dann müssen wir uns das merken, dann kriegt er die mal wieder. Ich wollte was anderes fragen. Naja, gut, das ist jetzt, aber... Ich hab auch gesagt, bitte erstmal lief, ich dachte es ja nicht umsonst. Jetzt wollen ja noch paar Leute reinhaben. Deswegen. Du, darf ich dann noch eine Waffe davon haben? Fassen wir, ne? Ja, du kannst was. Von dieser Pistole. Ach, du bist hier, der will, die ihre Wolte. Ach, du bist hier doch, ah, nein, ist das wunderbar. Genau. Haben wir dann noch welche? Ich fiel noch andere. Ich hab noch andere. Oh, ja, Moin hat sich gelohnt, dich noch mal reinzulassen. Aber alles gut, das passt. Wir haben eh gerade absolut hier, ähm, Inventarplatz. Hier, Rappaballon hier noch mal. Ach, du Scheibenklass, wie viel ist denn hier noch da? Die Beleidungsbrüche sind doch. Ja, Rice, dann müssen wir gucken. Wenn das nächste Mal reinkommen, ist er die wieder. Danke nochmal, tschö. Grüß dich, ihr Liefer Willkommen. Tschö, tschö. Tschö, Skoli. Rice, das merke ich mir einfach so nicht schlimm. Wenn die wieder mal mit da bist, kannst du die kriegen, okay? Hab jetzt nichts mehr, naja, Rice, drop nicht dein Zeug, das hab ich gesagt, drop nicht euer Inf. Das ist Mist, dass das, drop nichts, was ihr mir nicht geben wollt, wirklich. Na, es sei denn, mir sagt mir Bescheid, dass ich jetzt, dass er irgendwie Inventar sortieren wollte, irgendwie schnell, das ist ja, na? Danke, dass ihr dir immer runter in die Täti hältst, ne? Danke, Florie. Ja, Türen, wir haben ja, perfekt. Ja, naja, alles gut. So, Minato und Arie, nice, nice. Schön, schön. Hallo. Moin. Slack hat einfach wegen den Waffen, ne? Äh, was? Slack wegen den Waffenfolger. Ja, ma. Warte, wo wir mal, lass mal mal. Florian, endlich wieder einen Stream. Ich hab ein neues Handy bekommen, das muss nur einricht. Das ist ein Dankeschön, der Freude. Das ist die. Wir haben wirklich, die Leute, droppt echt nicht so viel Zeug hin. Wir müssen wirklich die Hälfte dann wiederverwerten oder löschen. Und es bringt echt lieb gemeint, aber wir haben gerade einfach keinen Inflats mehr. Wenn wir mal aus dem Offline gehen, dann bringt das ja nichts. Soll ich helfen? Wie bitte? Ja, ich wiederverwerte das einfach gleich. Ich hab ja die Zeit. Ja, ich aber nicht, mein Bruder. Das ist einfach, dass du so nicht verstehst, Marvin. Deswegen, das bin ich halt. Ey, Digga, ich hab's wieder unten. Ja, das war viele. Hey, hey, grüß dich. Oder, ja, hatte ich auch letztens schon ein Problem mit dem Aussprechen des Namens. Egal was ist, ich hoffe, du weißt, wenn ich meine. Wie ich den weiblichen Fußball-Skin finder? Ähm, oh, ich weiß gar nicht, was hab ich, hab ich den, glaub ich, ich weiß gar nicht, hab ich den sogar habe. Also, der ist nicht schlecht, find ich. Ist eigentlich ein sehr bekannter Schwitzer-Skinner. Grüß dich selber. Also, die meisten Schwitzer, die Fußball-Skin spielen, spielen eigentlich auch den mit. Ja, top gameplay, alles gut, alles gut. Kein Problem, super soft, da gebe ich noch. Und denn hier? Und ich lasse gleich einfach Leute, die Barsch war in der Florie. Ja, mach das, weil das sind sie sonst, so viele, was wir verschwenden lassen. Aber wir können auch kurz irgendwie jemanden Bescheid sagen, dass der Sachen wollen soll. Auch hier liegen so viele Sachen noch. Brauchst du welche von denen hier auf 144? Ja, wir sind noch Evolten-Trenner, wir haben vier... Brauchst du welche von denen hier auf 144? Äh, er tut ja immer mehr Sachen. Ach, du liebe Zeit. Ich hab sogar nur was im Lager, gell? Du hast sogar wirklich schon was im Lager. Ja, aber wenn du noch mal was rein tust, dann... Dann droppbar nichts mehr, mische alles löschen, das ist dann auch was. Und das ist dann doof wie andere Leute. Wirklich bald, das war ich, das ist besser. Die nix haben. Sag einfach, wie du das sagen willst. Na, ist okay, alles doch. Und ne, ich will dich aber nicht irgendwie, ja, genau, nicht, dass du denkst, ich bin zu, ja? Will dich irgendwie foppen oder kein Plan was, ne? Das soll nicht falsch rüberkommen. Oder will dich irgendwie kein Plan was? Diskriminieren oder andere, weil ich irgendwas habe? Ja, ganz wichtig. Also, weil, äh, ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Man kann einfach Jotar sagen. Wie gut das? Aber, ja. Der JYY war eigentlich, ist eigentlich... Aber guck mal, Antiko, man was wir noch haben. Nee, nichtundai. Der ist jetzt doof, das heißt, noch auf Englisch da noch mal. Ja. H, algo ist es, oder? Warte, komm mal her. Wir machen mal ganz kurz mit Google, warte mal. Ach, digga. Reicht doch jetzt mal. das ist schön dankeschön das freut mich bist du gut was denn es gibt ja noch mehr wenn ich wenn ich jetzt wegschau ich automatisch irgendwie komischerweise ganz viel haben übelst viel korte da waren zu viel um alles zu können aber wie gesagt du kannst du mal kurz auf den anscheinend aber erst mal ganz kurz dann gleich in ausmachen werden dann auf spiel also das war genau 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 ich kann mal kurz poli chat moin philipp moin hast du an sie geknackt bei dir haben ja ich danke vielen dank wir alles gut ja da kann ich jetzt so etwas öfters einschreiben können wir sind gar nicht rübergegangen er hat oft reingeschrieben die sind gar nicht erst rübergegangen erst wie du gesagt hast was gesagt hast ja es ist passiert ich danke dir vielen dank passt schon wie gesagt ich kann nur gelassen wie du hoffen dass man das mit den vierkern morgen oder die woche ende knacken ist wahrscheinlich 72 stunden stream wenn es gut läuft wir anschauen schön auf jeden fall eine gute verlebt ich erst mal wieder spiel darüber haben sich erwähnt mich dann noch mal kurz auf stream joe bis gleich gestern markt pust willkommen ich hab voll das war das dauert irgendwie komischerweise mein eigentlich immer voll nach oben erst mal die was noch ein paar andere trinken ja und jason einmal bitte einschreiben das reicht nicht dass er noch nichts anderes mehr dann ist er nicht doof gemäht hat veranhalten auch dass er ganz gut bei mir steht nicht beitreten ist das naja wie gesagt jetzt noch kommen wir noch zu stehen drin vielleicht ist auch nicht mehr so lange und du kannst dann auch noch nehmen was du kannst ja habe ich das nicht schon dreißig mal beantwortet nur von zu werden noch andere zuschauer da ja ich dachte sich umsonst das habe ich gesagt was habe ich denn gerade gesagt ja genau ich werde dich einfach wenn mein guter dann machen eigentlich schon mal kannst du gerne sagen was du möchtest aber hier würden wenn ich das dann meine ich das auch so ich dachte so nicht zum spaß die haben andere zuschauer oder die wollen freuen wenn er die ganze der gleichen leute drin ist dann ist es ungerecht ich habe es drei vier fünfmal gesagt ja ich sagte es auch nicht für die katze ich habe noch waffen hergestellt wie gesagt ich danke dir auch immer ganz herzlich für aber wir haben viele andere zuschauer noch da und da wir dann gleich erstmal offline gehen wollen ist mir sehr wichtig dass die anderen mal die chance bekommen okay alles nur wie gesagt waffen herstellen ist wirklich gerade nicht nötig alles gut weil wir müssen im endeffekt die alles wieder verwerben naja bald lieber die mensch erstmal weil so viel intplatz habe ich leider auch nicht daran so war es kommt mal rein bitte zum jahr ich hoffe dass du mich jetzt gar nicht anliegst mit den kohle aber ich vertraue dir da mal nein das war mir ich hab die kohle von ihnen ab was soll ich gebe dir mal 500 jahren dann ist gut okay alles klar weiß grüßchen ausgutig nur der rest ist für dich einfach noch genau wunderbar so so äh jason komm mal her bitte komm mal bitte jason komm mit genau nimm dir jetzt so viel wie du kannst einfach nimm dir so viel wie du kannst einfach wir werden auf alle fälle morgen spätestens für der rdw bis ins dringend und ja morgen mal schauen was wir machen entweder wir machen was von meines kürzen oder was wieder von meinen mal gucken oder von einem anderen je nachdem ist ein bisschen schade bei den sturm klingen aber wie gesagt david das ist ja kein problem machen wir das nächste woche spätestens genau wir werden auf alle fälle leute das will ich ganz kurz noch mit sagen auch morgen geht es ja spätestens dann haben wir auch ein bisschen in dem motor war sein klein oder generell emissionen wird schon ein treffen machen und sowas vielleicht kommt auch als video technisch online noch zur gta oder fortleid auch generell haben vorgeist mal schauen video und stream technisch twitch denke ich habe dieses wochenende mal wieder ein bisschen mitmachen ja genau das habe ich ja meistens mal am wochenende auch die letzten paar wochen gemacht malte grüß dich das weiß ich nicht kein plan ich denke aber schon genau alles doch aber wie gesagt das jetzige video können ja noch mal abstecken ob er karte würde ich mich sehr freuen haben wirklich schon hammer hammer viele gemacht ich denke 150 leute die das jetzt knapp angeguckt haben das ist schon der pro das ist ja ja moin das einfach anders das wird schon den kurs davon eigentlich das hat schon den kurs der gesehen aber trotzdem sage ich das nochmal weil ich weiß nicht das video ist halt wenn ich ein wichtiges thema auch generell wenn es er die oder was er die betrifft genau den link poste ich euch noch mal rein aber wirklich so krass am einfach 75 daumen nach oben auf dem video auf dem video das ist schon extrem extrem krass im sinne impuls die männer noch wieder kurz geben ich noch mal drehen wunderbar alles da ich denke noch mal gucken ob er heute auch noch was video tatsächlich online kommt wir wollen ja eigentlich mit leo noch mal bis ins team heute abend bis in dem stopp sagt man ja guck doch grüß dich noch mal das könnte man gefühl zu machen ja ja du könntest du könntest du noch mal einen stream anhauen jetzt ja aber bitte mal durchspielen wenn es passt natürlich zum haupt gameplay so mal schauen einmal reinschreiben reicht auch haben geht ja heute denke ich nicht mehr auch trennen aber ich denke morgen auf alle fälle wieder haben wir wollen ja mal ein länger auch motor war es zocken das hatte ich einfach gesagt aber wir müssen die waffen wegbekommen ich tue jetzt halt so machen das wahrscheinlich einfach noch problem ist an die die reinkommen wir quatschen erinner ich will noch mit philipp quatschen mit kai in der zeit können ja noch pro leute scheuen da wurde offline sehen haben alles gut die gibt sonst noch was zu sagen ich denke nicht groß haben dass wir den streams videos hatte ich gesagt ich poste dann noch ein paar mal den link rein und wie gesagt ein fettes fettes dankeschön für 48 also wirklich knapp 50 daumen nach oben auf dem stream ja auch an die neuen abonnenten den herzliches bekommen und auch an die die mit der glocke dabei sind immer eine feinde sache racer scott 2.0 h ja ich habe heute homeschooling gehabt das stimmt ja hast du mal rein schreit an bis geboren schaden das nicht immer 45 so bitteschön ich lade dich ein floor top gameplay jetzt nicht habe ich erst mal auf lenke auch generell offline ich offline wenn ich offline mit dem streamen gehe ich ganz online so aber alles gut so wunderbar dann geht das weiter mit dem liebenden ja hast du noch einen wunsch oder ja könnte ich vielleicht fallen haben kann ich dir geben kein problem ich weiß nicht ob da einfach schon fast noch mal kurz was schicken hoffe ich dass ich passen genau da ist der ertriebend genug und merkt max machen wir gleich gut ich gehe mal kurz politisch hat den rest moment übernimmt kurz kürz ich stimme schon mal kurz ein bisschen wasser ich will dich jetzt ja nicht alles klar gut lieber freunde dann machen wir jetzt erstmal guti morgen geht es dann auf alle fälle spätestens weiter mit abo kraften vielleicht wird auch noch mal ein kleines video was noch mal gucken ja das ist so anders krass ich weiß nicht was wir damit machen wollen das ist jetzt wirklich ganz schön extrem viel ne guti alles klar wer bock hat kann sehr gerne abo like mit glöckchen da lassen wäre eine feine sache würden wir uns sehr freuen ihr könnt auch sehr gerne unseren zweitkanal abchecken insofern ihr das noch nicht getan habt da ist der link oder besser gesagt der link kann man schon zu sagen genau wie zu basti mein bruder hinten bei meinem kanal auf kanäle zu finden wie gesagt wird man auch ein bisschen liebe freuen und genau den rest klären wir dann wenn wir das nächste mal live sind oder je nachdem alles glaube ich ich danke noch mal top gameplay wie gesagt wenn es zeitlich ranpasst werde ich dir das schon sagen und falls wir bei der royale stream sollten kannst du auch gerne mitmachen haben genau alles klar guti link ist im chat noch ein paar mal drin könnt ihr euch gerne noch mit anschauen das video würde ich mich sehr freuen eine feine sache und wir hören uns dann das nächste mal wieder alles klar danke für den geilen stream bis zum nächsten mal bleibt gesund habt einen schönen abend noch und wirklich war eine feine sache heute hat mir spaß gemacht hoffe ich auch ein bisschen und ihr konntet bis unterhalten werden auch an danke an die helfer an kai für die waffen und auch natürlich an die mods und alle anderen alles doch bis zum nächsten mal habe euch lieb macht's gut die haut rein und ciao